hallo meine freunde und herzlich willkommen zurück zu white day ja ich bin wieder aus dem urlaub zurück heute ist valentinstag und habe ich mir gedacht was passt besser als ein bisschen white day aufzunehmen hat ja auch mit dem valentinstag zu tun nicht wahr wir sind sind immer noch irgendwo hier im neubau und ich habe was interessantes gelesen gerade im ladebildschirm da stand erst ab der schwierigkeitsstufe schwer können wir die geister der schule treffen was das bedeutet weiß ich nicht aber ja das sind einfach ja genau das war ein tolles muss mir erst mal wieder orientieren ich weiß nicht mehr genau wo es überhaupt hingeht da können wir jetzt durch was waren dort überhaupt sie aufgeschlossen okay ich glaube oder hängen zettel ich muss aber schnell gucken wie weit jetzt überhaupt waren was wir überhaupt zu tun hatten was nicht sms technisch ist nichts dokumente kurzschluss ja das war das mit dem kurzschluss ich habe mir übrigens auch wieder was zum lesen zum lesen zum schreiben mitgebracht deswegen sollte alles tut es soweit sein ich guck gerade mal wir haben noch die statu genau wir haben die komische cd genau wir müssen die cd wir müssen das band abspielen genau dazu brauchen wir irgendwas und wir haben die gelbe sicherheitskarte gekommen okay so ich hoffe der sound ist da ja das sound ist da okay gut alles klar dann gehen wir mal hier rein okay das ist aber nicht der normale was ist jetzt was batterie ist fast leer oh man okay der schlüssel zum dachbereich des neubaus hängt in der haupthalle in der nähe der lampen von der decke wir vermuten dass es sich um einen schülerstreich handelt wir bitten die klassenlehrer jedes jahrgangs die schuldigen zu fassen wir werden den schlüssel am montag von dort bergen können wie soll ich denn da hinkommen toll es läuft unter mir natürlich wieder so ein tippe rum noch ein gruseligeres lied kann der nicht pfeifen okay wir haben wieder ein papier kranich wir wissen ja wir brauchen noch ein paar wie gesagt ich latsche jetzt erstmal so ein bisschen die klassenzimmer ab wie das ein ding teil des kursplans mathematik okay der pfeift echt eine scheiße gruselige musik okay also der läuft da unten patrouille hier brauchen wir siegel die was meinte mit der was was zum geiler die kommt ja direkt auf einen zu heilige kacke die ist so schnell was soll ich denn da machen ich glaube fast ich müsste ich müsste bei der das licht anmachen aber ich komme ja nicht ran das ist viel zu schnell oh scheiße die weg die weg Wahrheitssuche Nummer 1 Äh, Winterausgabe Todesbotschaften Eine Todesbotschaft bezieht sich auf die letzte Nachricht eines Mordopfers und sie unterscheidet sich von einem Testament in Bedeutung und Inhalt. Die Absicht einer Todesbotschaft ist es, den Mörder zu enttarnen. Die Todesbotschaft kann also einen wichtigen Hinweis in einem Mord verliefern. In der Realität sind Todesbotschaften jedoch selten. Wer stirbt, hinterlässt meistens keine Nachrichten mehr. Wer stark genug wäre, das zu tun, würde eher um sein Leben kämpfen, als seine letzten Worte niederzuschreiben. Todesbotschaften in Kriminalromanen Kriminalromaner haben das Konzept der Todesbotschaft popularisiert. In diesen Romanen werden Todesbotschaften oft als literarisches Mittel eingesetzt, um die Leser von der wahren Lösung abzulenken. Wenn in einer Geschichte eine Todesbotschaft also direkt auf den Schuldigen weist, stellt sie sich oft als falsch heraus. Zudem werden die meisten Todesbotschaften in Teilen oder in Form eines Rätsels gefunden, das gelöst werden muss, um den Fall zu knacken. Todesbotschaften in der Realität Wie zuvor erwähnt, sind Todesbotschaften in der Realität kaum, wie in Romanen, umsetzbar. Aus einer anderen Perspektive betrachtet, könnte man jedoch sagen, dass das Tagebuch über die Notizen einer todkranken oder suizidalen Person in die Kategorie von Todesbotschaften fallen. Versteckte Nachrichten und Todesbotschaften Nebst ihrer langen Geschichte hat die Je Undo High School eine fast ebenso lange Liste von Gerichten über Unfälle und seltsame Geschehnisse. Dazu zählen auch die Todesbotschaften von Lehrern wie Schülern, die Selbstmord begangen haben. Den Gericht zufolger hat zu den Zeiten, als die Schule noch Schlafsäle besaß, eine Hausmutter Selbstmord begangen und eine Todesbotschaft hinterlassen. Angeblich enthält diese Nachricht ein Code, der den Schlüsselkasten im Büro der Schulverwaltung öffnen kann. Da jedoch niemand diese Botschaft je zu Gesicht bekommen hat, kann dies nicht bestätigt werden. Eine Hausmutter hat Selbstmord begangen und die hat einen Code hinterlassen mit dem Schlüsselkasten. Okay. Gut, das muss man uns aber merken, leider. Todesbotschaften. So, so. Noch ein Zettel. Notizen aus dem Physikunterricht. Vibration und Resonanz. Objekte verändern sich unter der Einwirkung von Energie. Fällt diese Krafteinwirkung weg, kehren sie zu ihrer Ursprungsform zurück. Diese Eigenschaft nennt sich Elastizität. Wenn die Kraft, die auf einen elastischen Gegenstand eingewirkt hat, wegfällt, vibriert das Objekt bei der Rückkehr in die Gleichgewichtslage. Jedes Objekt besitzt seine eigene Frequenz. Diese wird als natürliche Frequenz bezeichnet. Bei einer erzwungenen, was? Bei einer erzwungenen Vibration gleicht sich das Objekt der Frequenz der Energie an, die auf sie einwirkt. Sind erzwungene und natürliche Vibrationen identisch, wächst die Amplitude. Das wird als Resonanz bezeichnet. Ein Anstieg der Amplitude durch Resonanz bedeutet, dass die Energie effizient übertragen wird. Die Energie entspricht dabei dem Wert von Resonanz hoch 2. Ich bin halt hier, um was zu lernen, aber okay. Es finden sich viele Beispiele von Energieamplifikation. Zum Beispiel stürzte 1940 die Tacoma Narrows Brücke im Staat Washington der USA nur vier Monate nach Fertigstellung aufgrund eines Windstoßes ein. Die Ursache für den Einsturz war, dass der Wind mit der natürlichen Frequenz der Brücke eine Resonanz erzeugte und so die Amplitude verstärkte. Ein weiteres Beispiel ist, wenn die Stimme einer Sängerin auf einer bestimmten Klanghöhe Glas zum Zersplittern bringt. Dies geschieht, weil die Frequenz ihrer Stimme mit der natürlichen Frequenz des Glases resoniert. Stell dir mal vor, du könntest mit deiner Stimme Glas oder Spiegel zum Bersten bringen. Das ist ein Hinweis auf einen Geist, der das kann. Ja, geh du mal da rein. Ich wette mit dir, der sieht die Geisterfrau nicht. Waren wir hier schon drin? Sieht nicht so aus, als wären wir hier schon drin gewesen. Ich muss ein bisschen aufpassen, weil ich weiß ganz genau, wenn der Typ uns sieht, darf ich wieder rennen wie so ein Blöder. Und da ich noch nicht so genau weiß, wohin ich muss, ist das ein bisschen blöd. So, er kommt also von dort nach hier drüben. Wird bei jeder Tür abgelenkt. Das heißt, wir gehen jetzt mal eine Etage hoch. Ja, wir gehen jetzt mal eine Etage hoch. Ich durchsuche jedes... Zumindest versuche ich, jedes Klassenzimmer gründlich zu durchsuchen. Damit ich schon mal eine Idee habe. Wer, äh, äh, was wird drüben. Okay, die wechselt das Klassenzimmer. Was? Wie hat denn der mich jetzt gesehen? Wieso jetzt schon wieder diese Kappmus... Mann! Ey, die... Oh, shit. Ich weiß nicht, wie ich denn loswerden soll. Okay, hier sind rote Klassenzimmer. Das bringt mir gerade nur relativ wenig. Ja, 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 ja. Oh Gott, der ist schnell. Äh! Weißt du, wie soll ich mich da umgucken? Warte, der ist verdammt schnell. Shit. Und ich sitze da vorne. Aua! Ich hoffe, mich zu schlagen. Warum müssen die mal gleich sofort losprügeln? Du kommst so vor, als wäre der Typ hinter mir schneller als der andere Hausmeister. Okay, ich muss mir irgendwas überleben, wie ich an den Schlüssel komme. Und wie ich die komische Alde Down gehen kann. Was ist denn da drin? Habt ihr das gesehen? Ey, Junge. Du gehst auf den Keks. Oh, shit. Oh, shit. Okay. Wo sind wir jetzt? Hab ich's geschafft, ihm auszuweichen? Ich hab keine Ahnung. Ich glaub, wir sind ihn losgeworden. Ah, Essensausgabe. Da liegt ne Münze. Sehr schön. Wir haben schon 13 Stück davon. Das ist gut. So. Brotdose. Kannst du noch irgendwas hier interessantes? Nö. Ich muss gucken, dass der weg ist. Das klingt fast wie Akte X, was der da pfeift. Oh, nein. Scheiße. Das klingt fast wie Akte X, was der da pfeift. Okay, lauter Zettel. Untersuchung der Yin-Yang-Marke. Die Yin-Yang-Marke wird im Darioismus verwendet und besitzt einen bronzenen Spiegel in ihrer Mitte. Sie besitzt die Macht, das Böse zu vertreiben und die Wahrheit zu enthüllen. Die Yin-Yang-Marke ist achteckig und mit acht Triagrammen versehen. In der Mitte befindet sich der Spiegel und auf dessen Rückseite das Yin-Yang-Symbol. Das Symbol erscheint gelegentlich in der Popkultur. Wird die Marke mit Energie aufgeladen, kann es diese entfesseln, um das Böse zu vertreiben oder zu zerstören. Das vom Spiegel reflektierte Licht soll denselben Effekt besitzen. In unserer Schule wird auch eine Yin-Yang-Marke im Geschichtsraum ausgestellt. Die brauchen wir. Ja, die brauchen wir definitiv. So, was haben wir hier? Äh, was? Himmels Mandant Schriftrolle. Als das Chaos erstarkt, wandelt sich der Lauf von Sonne und Mond für jedes Land und Panik quält hervor. Aus diesem Trubel soll ein wahrer Mann hervortreten, um die Zeit einem einzigen Standard zu unterwerfen. Nur dann wird der dunkle Fluss überquert und das Heiligtum erreicht. Uh. Namenloses Dokument. Dort, wo der Neubau steht, gab es früher einen Teich. Natürlich gab es Gerüchte, dass der Teich von Geistern heimgesucht war. Der örtlichen Legende nach war der Teich verflucht und die Seelen der darin Ertrunkenen waren darin gefangen. Nur indem sie ein anderes Opfer in den Teich zerrten, konnten die Seelen entkommen. Darum waren die Geister im Teich blutdurstiger und töteten mehr Menschen. Aha. Wenn es am schlimmsten war, fiel dem Teich jeden Monat ein Leben zum Opfer. Die Schule warnte die Schüler vor dem Teich, doch die Ertrinkungsfälle ließen nicht nach. Einige wollten den Teich trockenlegen, doch der Vorsitzende war stets dagegen. Er sagte, der Teich sei dem Feng Shui zuträglich. Also wirklich, wie wichtig ist Feng Shui, wenn Menschen sterben? Nun, das sollte ich später herausfinden. Aufgrund der Proteste wurde schließlich beschlossen, den Teich zu füllen. Doch bereits am ersten Tag der Arbeiten starb einer der Bauarbeiter an einem Herzinfarkt. Danach hielt die Schule jedes Jahr ein Reinigungsritual für den Teich. Nach einiger Zeit wurde schließlich der Neubau an die Stelle gesetzt, an dem sich der Teich befunden hatte. Und die Rituale wurden ausgesetzt. In letzter Zeit nehmen die Gerüchte über die Geister jedoch wieder zu. Es heißt, ein durchnässtes Mädchen in einer alten Schuluniform würde gelegentlich im Geschichtsraum erscheinen. Uu, da hat man ja Glück. Sie muss eine derjenigen sein, die im Teich ertrunken sind. Ihr fragt euch vielleicht, warum ein Geist aus einem Teich erscheinen sollte, den es gar nicht mehr gibt? Es ist nicht leicht zu erklären, doch diese Welt und die Unterwelt existieren am gleichen Ort. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass Menschen und Geister in demselben Ort bewohnen, sich jedoch aus Mangel eines besseren Wortes in einer anderen Dimension befinden. Man könnte es mit Radios vergleichen, die alle auf eine andere Frequenz senden. Deswegen können Menschen und Geister einander nicht beeinflussen. Selbst wenn also in dieser Welt ein Gebäude an die Stelle des Teichs gesetzt wird, ist der Teich in der Unterwelt immer noch da. Heute möchte ich die Wahrheit ans Licht bringen. Deshalb habe ich die Okkutismus AG gegründet. Die Lehrer hassen sie. Sie sagen, ich verschwende meine Jugend. Doch auch wenn manche Leute meine AG seltsam finden, ist sie kein Witz. Wir untersuchen übernatürliche Phänomene, für die die Wissenschaft keine Antwort hat. Unser oberstes Ziel ist es dabei natürlich, einen Geist aufzuspüren. Durch pures Glück habe ich eine L-Stange in meinen Besitz gebracht. Was eine L-Stange ist, weiß ich nicht. Diese soll magische Kräfte besitzen. Ihr Finger, äh, ihr Finder hat mir gesagt, sie könne Geister aufspüren und auch als Wünschelrute eingesetzt werden. Eine L-Stange. Eine L-Stange? Ich habe keine Ahnung. Oh shit. Schlagt mich nicht. Ich bin nur ein harmloser Schüler. Was klirrt denn hier immer so verdächtig, ey? Ist ja furchtbar. Ich hoffe, ich bin los geworden. Ich sehe seinen Taschenlichtschein durch die Dings. Was hat denn da jetzt geklirrt? Und was zum Geier hat da eine Türen rumgewackelt? Okkultismus AG. Ich muss mal kurz auf die Karte gucken. Waren wir da gerade drin? Wir waren da gerade drin. Im Schulkiosk waren wir und in den Schalterraum da hinten müsste ich vielleicht nochmal. Tanzstudio, Musikzimmer. 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6. Ok, 3-7, 3-8, 4-6. Lesezimmer, Lehrmittel, Zentrum, Bibliothek, Bibliothek 2. Kunstwerkstatt, Sprachlabor. Geschichtsraum. Ich glaube, wir müssen nochmal in den Geschichtsraum gehen. Ich werde das Gefühl nicht los, dass ich diese Yin-Yang-Münze brauche. Ich werde das Gefühl nicht los, dass ich den Typ nicht los werde. Warum ist das Licht jetzt ausgegangen? Mann, wie sehr ich diesen Typ doch nicht mag. Also schön, Geschichtsraum. Ja, hier konnten wir noch nichts machen. Die gucken immer noch in die andere Richtung. Ok, der Schlüssel. Warte mal, Geschichtsraum, war der oben oder unten? Der war... Der war unten. Das hier ist der Geschichtsraum. Wo ist hier eine Yin-Yang-Münze? Ich habe hier keine gesehen. Ah, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Die hatten noch irgendwas erwähnt, dass sie die Münze weg haben. Okay, es fehlen noch drei. Ach nee, wir haben nur drei. Ja, insgesamt fehlen noch drei. Ihr wisst, was ich meine. So, das ist eine blaue Karte. Das heißt, wir kommen... Kommt da nicht rein. Okay, wir brauchen den Schlüssel zum Dach. Oh, Jesus. Ich hole mir mal das Sojamilch. Hier war doch irgendwo dieser Automat. Ach, echt jetzt? Du mieser Penner. Ja, klar. Au. Aua. Scheiße. Ich will nicht schon wieder sterben. Boah, was für eine fiese Lache. Aua, fuck. Kannst du mal aufhören mit deiner Kacke? Boah, die Typen gehen einen echt auf den Keks. So, wie viel haben wir davon? So, ich trinke mal zwei davon. Okay, wir sind fast wie der Tutti. Mann, was soll ich denn machen, wenn die Eute da ist? Oh, da liegt was. Auf dem Schmuck. Okay, er ist jetzt gerade mal weg. Das heißt, wir haben jetzt mal kurz Zeit. Das heißt, ich kann mir jetzt mal ausholen. Hallo. Ich hätte... Achso. Ich hätte gern Blatt da. Danke. So. Du Miese. Natürlich sind die Lichtschalter überall da in der Mitte. Es gibt bestimmt einen Trick. Teil des Kursplans. Es gibt hier hundertprozentig einen Trick, wie ich die alte loswerde. Aber ich weiß noch nicht, wie. Wie gesagt, ich versuche mein Bestes. Aber... Ihr wisst ja, wie das bei den Spielen ist. Man muss immer so viel selber rausfinden. So. Sie ist jetzt da drinnen. Jetzt ist sie da drinnen. Okay. Aber der Schlüssel hängt oben nahe der Lampe. Wo hat's gelesen? Irgendwo. Nicht hier? Nee, wo? Ah, da. Genau da hat's gelesen. Okay. Hier komme nicht rein. Rote Karte. Ist jetzt mal ausgangsweise mal ganz praktisch, dass der Kerl da jetzt gerade mal unten weg ist. So habe ich wirklich mal ein bisschen Zeit. Oh, hier können wir speichern. Wie viele von den Dingern haben wir denn noch? Vier. Ja. Ja, ich speichere nochmal hier. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, würde ich sagen. Wenn ich dann mal versuche, herauszufinden, wie und was wir überhaupt noch machen können. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal.